Läuft die Kamera jetzt? Läuft sie. Okay, ja und damit herzlich willkommen zu einem neuen Vlog, will ich sagen. Es geht darum, wie macht man den perfekten Kurzreppel auf Ibiza. Das Team ist da, Valentin, Jan und ihr kennt den Thomas. Draußen ist die Jessie, hier sitzt die bezahlende Ramona. Wie sind wir momentan shadowmäßig? Sehr gut. Sehr gut. Und hier draußen ist meine bezahlende Frau. Und wir sind alle fleißig bei der Arbeit. Und jetzt geht es darum, das ist die meistgefragte Frage auf meinen Social Media. Hey Johannes, wie verbringe ich fünf Tage hier perfekt? Kannst du mir empfehlen, an welchen Strand soll ich gehen? In welches Hotel soll ich gehen? Was sind die schönsten Gegenden für Familien? Das alles jetzt in diesem Video. Ich will ganz ehrlich sein, für heute war eigentlich ein ganz anderes Video geplant. Aber ich bekomme am Tag, ich glaube, also 100 Nachrichten reichen nicht von wirklich netten Menschen, die mich fragen, hey Johannes, wir sind auf Ibiza, wir wissen aber gar nicht so richtig, was wir machen sollen. Oder ich bekomme noch viel mehr Nachrichten von Leuten, die nach Ibiza reisen wollen, aber gar nicht wissen, wohin, was machen und warum. Weil Ibiza ist nicht nur die Partyinsel und dieses sich laut beschallen lassen. Und gerade jetzt, das letzte Jahr hat es einfach gezeigt, wie schön die Natur ist, wie aktiv man hier wirklich den Urlaub gestalten kann und vor allem wie abwechslungsreich. Und ich habe noch nie in meinem Leben eine Destination wie Ibiza erlebt, die so viel zu bieten hat und dann auch noch so viel Flair und Liebe mitbringt, was ihr wirklich einfach mal live erleben müsst. Und wie ihr das jetzt erleben könnt hier auf Ibiza, das erkläre ich euch jetzt. Bevor ich euch jetzt meine Top 5 Hotels verrate und die besten Strände und wie man die Tage starten sollte, möchte ich jetzt, es ist eine Werbung in eigener Sache, aber ich bekomme dafür nichts, denn wir haben uns nämlich ganz viel Arbeit gemacht und haben auf unserer Website eine Seite programmiert, die heißt Experience. Und dort findet ihr diese Karte. Diese Karte habt ihr dann für Ibiza oder Formentera. Und hier findet ihr einmal auf der Seite jede Menge Tipps. Und diese Tipps sind nicht bei so irgendeinem Reiseführer oder dass uns diese Leute Geld bezahlen würden. Nein, das sind Restaurants, Hotels, Spots, in denen ich selber war, die ich meinen Freunden empfehle, wo Jessie und ich am allerliebsten hingehen und die möchte ich euch jetzt nicht weiter vorenthalten. Besonders das Thema Hotels ist auf Ibiza was super Besonderes, denn es gibt Hotels, die in sich eine Geschichte erzählen. Wir kommen jetzt zu meinen Top 5 Hotel-Tipps und ich habe auch noch nie so eine abwechslungsreiche Hoteldichte wie auf Ibiza kennengelernt. Hotels, die an Bali irgendwie inspiriert sind, aber auch Hotels, die einfach einen unglaublich tollen Service und eine super Küche und unglaublichen Spa-Bereich haben. Nummer 1. Und das ist jetzt keine kategorische Ordnung, sondern einfach von der Nähe zu Ibiza. Und damit beginne ich gleich beim Nobu Hotel, was direkt hier am Talamanca-Strand direkt in Ibiza ist. Das Nobu Hotel hat eine klasse Küche und liegt direkt am Strand. Das Nobu Hotel ist auch besonders schön, wenn ihr mit Kindern dort seid, weil sie wirklich einen tollen Pool-Bereich haben. Die Suiten bieten jede Menge Platz. Meine Nummer 2. Casa Munich. Munich, München. Die Inhaber sind Deutsche. Es liegt in den Salinenfeldern. Die Salinenfelder sind die Salzfelder Ibizas. Man kann dort auch immer wieder mal Flamingos entdecken. Bei dem Hotel braucht ihr auf jeden Fall ein Auto, würde ich euch empfehlen, weil es jetzt weder direkt am Strand liegt. Es liegt aber trotzdem in der Nähe von Ibiza. Man ist dort sehr mobil. Die Hotelanlage, müsst ihr euch vorstellen, ist weniger ein Hotel. Man hat dort mehr wie Bungalows Häuser. Wir haben jetzt einmal quasi so den Familienbereich, der echt super schön ist. Oder es gibt auch so einen Adults-only-Bereich. Ohne Kinder hat man da eben diesen Pool. Ganz cool ist eben der Strand Salinas, was dort nicht unweit von entfernt ist. Wenn ihr euch auch nur einen Roller mietet, ist es auf jeden Fall auch ein super Hotel. Nummer 3 in Santa Elaria des W-Hotels. Eignen sie aus meiner Sicht besonders für Pärchen. Sie haben eine richtig coole Rooftop-Bar. Was auch super ist, ist es echt dann schon fußläufig dann zum Meer. Santa Elaria ist ein kleines Dorf. Klein würde ich eigentlich jetzt nicht mal mehr sagen. Es ist schon eine kleine Stadt. Ganz andererseits Ibiza ist deutlich ruhiger. Allgemein der Ort Santa Elaria ist für Familien sehr schön. Da leben auch super viele Deutsche. Sehr viele tolle Restaurants findet ihr dort. Von Santa Elaria braucht man aber schon mehr als 20 Minuten. In der Sommersaison würde ich sogar sagen eher 30 Minuten nach Ibiza. Meine Nummer 4. Also wie gesagt, es hat nichts mit Rating zu tun, sondern einfach mit der Nähe zu Ibiza. Und das ist es Akroturismo Azzaro. Im Azzaro waren Jesse und ich vor gar nicht allzu langer Zeit. Da findet ihr ein schönes Video. Das verlinke ich euch hier oben. Es ist wirklich was total Besonderes. Was super Besonderes ist im Azzaro ist eben, dass es total Organic ist. Die haben ihre eigene Farm, bauen alles selbst an, was sie auf ihrer Speisekarte haben. Und sie haben diesen mega langen Pool mit ihrer eigenen Quelle. Ja, das ist kein chlorierter Pool. Und der ist super, super erfrischend. Man sitzt auch dort am Pool dann unter den Orangenbäumen. Und das finde ich mega cool. Man kann jetzt entweder zum Beispiel auch mal dort nur einen Tagespartrip hinmachen, was ich euch dann nachher gleich empfehlen werde. Oder eben als Hotel was total Besonderes. Mega ist vor allem der Spa-Bereich. Ich persönlich würde jetzt eher sagen, das ist so was Romantisches, so Honeymoon-mäßiges. Mit Kindern würde ich das vielleicht eher weniger machen. Meine Nummer 5. Und es ist mittlerweile eines meiner Lieblingsspots auch geworden, weil sie auch ein tolles Restaurant haben. Das ist das Seven Pines Resort. Das Seven Pines Resort liegt sehr felsig. Also es hat zwar keinen Strand, aber es liegt eben im Westen der Insel. Und man kann dort eben jeden Tag unglaubliche Sonnenuntergänge sehen. Wir haben eine unglaubliche Pool-Landschaft. Was ganz, ganz ein besonderes Highlight ist, ist dieser Pool, der eben vorne eine Glasscheibe hat. Und aus diesem Pool hat man sogar einen Blick auf ein Svetra. Und dann eben zur später Stunde auch einen mega Blick auf den Sonnenuntergang. Für Familien sicherlich mega. Man lebt dort eher in Bungalows, in Häusern, in Apartments. Da gibt es verschiedene Zimmerkategorien. Das ist, finde ich, schon ein richtig klasse Geheimtipp. Das braucht man, glaube ich, nicht mehr sagen, weil es schon echt ein Insight ist. Aber es ist einfach ein fantastisches Hotel. So, wenn ihr euch jetzt für ein Hotel entschieden habt, indem ihr euch wirklich wohl fühlt und zu Hause fühlt, dann ist ja die nächste Frage, wie gestalte ich jetzt meine nächsten Tage? Und deshalb habe ich euch jetzt meine Empfehlung, wie ihr auf jeden Fall mal 5 Tage voll planen könnt. Den ersten Tag eines Urlaubs verbringe ich am liebsten damit, mich erstmal anzuklimatisieren, um mich mal umzuschauen. Und das würde ich euch wirklich am Strand tagsüber empfehlen. Je nachdem, wann euer Flieger ankommt, ist ein Strandtag immer das Richtige. Mein persönlicher Lieblings-Beach-Club am Strand ist der Coco Beach in Playa den Bossa. Der Playa den Bossa-Strand ist super, super schön und da ist auch wirklich viel los. Das heißt, man kommt auch mal ganz schnell in wirklich diese Urlaubsstimmung auf die Pizza. Und der Coco Beach bietet wirklich eine super Küche und tolle Sunbeds. Mein Lieblingsessen dort ist, weil ich es auch so vermisse, ist wie ein Schlitzel. Das muss man da bestellt haben. Ist super lecker und sage bitte liebe Grüße an die Leute, die dort arbeiten. Wirklich ein tolles Personal. Jetzt, wo wieder alles offen ist und das Leben wieder hier auf der Insel so beginnt, soll der erste Abend in die Stadt gehen. Es ist einfach so eine malerische Stimmung dort. Gerade die Burg, also Daltvilla, so heißt Burgareal, ist nachts so schön beleuchtet. Und eine laue Sommernacht, einfach einen Spaziergang durch die Stadt zu machen, muss man gemacht haben. Superschöne einheimische Geschäfte, viele Ladenlokale. In jeder Ecke ist ein bisschen Live-Musik. Also so würde ich meinen ersten Tag für Lissab gehen. Meine Empfehlung für Tag Nummer 2. Ich bin ein sehr aktiver Mensch und ich möchte eben, ich liebe es einfach so die Natur aufzusaugen und wirklich die Natur zu fühlen. Und deswegen möchte ich euch eine Wanderung nach Atlantis empfehlen. Atlantis, die versunkene Stadt. Zumindest haben das immer die Hippies geglaubt. Tatsächlich wurden, ist Atlantis eigentlich nichts anderes als ein Steinbruch. Direkt unten am Meer wurden die Felsen abgebaut, wo man dann die ganze Festungsanlage von Ibiza damit errichtet hat. Es sieht aber eben super eindrucksvoll aus. Das ist so ein künstlicher Pool. Und ihr solltet das auf jeden Fall machen, morgens oder abends eben. Ich würde es euch jetzt morgens empfehlen, weil es eine ganz besondere Stimmung hat. Der Abstieg nach Atlantis dauert circa 20 Minuten. Auch da haben wir ein cooles Video. Versuche ich euch auch hier oben einzubauen. Ihr findet Atlantis auch wieder bei uns auf unserer Experience-Map. Ist wirklich eine Empfehlung wert. Nachdem wir das jetzt gerade geklärt haben, würde ich euch, nachdem ihr in Atlantis wart, eine Entspannung in einer wunderschönen Bucht am Strand Cala de Orte. Bei meinem guten Freund Nick soll dort das beste Paella-Restaurant sein. Ich war selber da noch nicht. El Carmen. Ganz, ganz wichtig an dieser Stelle. Und deshalb haben wir auch diese Experience-Map. Da seht ihr schon die Restaurants. Ihr solltet immer vorher ein Restaurant reservieren. Ganz besonders in der Zeit Juli und August. Ansonsten kann es sehr frustrierend werden. Romantiker sollten jetzt ganz gut aufpassen, denn nirgendwo wird es romantischer als am Esvedra. Was ich persönlich machen würde, ist einen kleinen Picknickkorb mitnehmen. Oder fahrt schnell in den Supermarkt. Nehmt eine Flasche Rosé mit, eine schöne Decke. Genießt dort den Sonnenuntergang. Es ist eine so beeindruckende Kulisse. Der Esvedra ist übrigens einer der drittstärksten Magnetfelder über Wasser. Viele Leute sagen, dass sie eben was ganz, ganz Besonderes dort spüren. Es gibt Leute, für die ist das starke Magnetfeld störend. Es gibt andere Leute, die sagen, sie haben sich noch nie an einem Ort so friedlich wohl gefühlt. Tag 3. Jetzt könnt ihr euch denken, das ist ein Tag auf dem Wasser. Ibiza, Formentera, das Wasser ist so kristallklar. Diese Strände, die die Karibik Europas einfach sind. Die Natur dort, die ist, ich habe mich einfach in diese Insel verliebt. Und das muss man einfach besonders auf dem Meer erleben. Ihr könnt euch natürlich einfach nur ein Boot mit einer Formentera rüber im Beachclub fahren und euch dort vorlaufen lassen, wieder heimfahren. Das geht natürlich auch. Wir bieten aber echt Experiencen. Wir haben 5 Experiencen zusammengestellt. Die könnt ihr euch individuell auch untereinander mixen. Wir haben super coole Watertoys. All unsere Boote sind mit einem Watertoys ausgestattet. Und ein Tag geht bei uns 8 Stunden. In unseren Preisen ist immer der Kapitän inklusive, es ist immer der Kraftstoff inklusive. Die Minibar ist pickepacke vollgefüllt. Handtücher, ihr kommt nur noch mit euren Badesachen und dem, wo ihr euch am wohlsten fühlt, an Bord. Für mich sieht der perfekte Bootstag so aus. Ihr startet morgens, sagen wir mal, um 11 Uhr nach einem schönen Frühstück. Und fahrt es dann rüber Richtung Formentera. Und da gibt es wunderschöne Hüllen, die man einfach erkunden kann. Und je nachdem, wie viel Action man haben möchte, kann man sich dort einfach auch schön schnorcheln. Man kann da schön tauchen. Oder man kann sogar in diverse Hüllen reintauchen. Es ist einfach der Wahnsinn. Danach bringt euch unser Boot direkt an das Land von Formentera. Und werdet dort mit einem Bootstaxi abgeholt. Und ihr habt da einen super leckeren Mittagslunch. In einem der schönsten Beachclubs, wo ihr dann einfach barfuß am Strand sitzt. Beispielsweise das Tiboron. Es ist für mich eine totale Robinson Crusoe Stimmung dort. Oder ganz bekannt, der Juan y Andrea. Wir haben super viele Beachclubs, auch in unsere Experience Map. Einfach da mal reinklicken, was ihr dann in Formentera überall reservieren könnt. Wir bei Harley Experience machen für euch schon die Tischreservierung. Denn hier sollte man schon wirklich sehr, sehr weit im Vorreis reservieren. Damit man wirklich auch einen schönen Tisch bekommt. Nachdem ihr euren Lunch dann beendet habt. Vielleicht hattet ihr noch einen kleinen Spaziergang an einen der schönsten Strände Europas. Kommt ihr dann wieder mit dem Bootstaxi zurück an Bord. Und da habt ihr dann jede Menge Spaß mit den Watertoys. Beispielsweise mit den Seabot. Einfach nur schwimmen. Man muss nicht immer tauchen. Es gibt viele Leute, die sagen, okay, mit das Tauchen mache ich mir nichts. Aber einfach so durchs Wasser zu fahren. Oder mit einem unserer Jetball. Damit kann wirklich jeder surfen. Es ist einfach ein elektrisches Surfboard. Und all das, was wir machen, ist Low Emission. Denn unsere Boote sind eben aus Carbon. Wir brauchen nur ein Drittel des Kraftstoffs, wie andere Hersteller. Und das Schönste ist einfach, dass es einfach, man hört die Natur. Weil unsere Boote nicht so laute Stinker sind, wie ich es gerne mal sage. Ihr habt einfach ein unglaubliches Erlebnis. Und es ist auf dem Meer nur ihr. Die Musik, die ihr euch aussucht, eure Freunde und eine ganz tolle Zeit. Den Nachmittag lasst ihr dann eben an Bord so ausklingen. Oder ihr verlängert vielleicht sogar noch ein bisschen und macht noch einen Schlenker zum Es Vedra. Auch dort vom Boot aus die Sonne zu sehen, wie sie dann im Meer untergeht, mit diesem gigantischen Naturspektakel, dem Es Vedra, zu eurer Seite, kann ich wirklich jedem mal ans Herz legen. Eine alternative Route können wir auch in den Norden Ibizus anbieten. Dort sind unglaubliche Felsen. Die Natur ist dort zu unberührt. Und dort sind fast keine anderen Boote. Das heißt, ihr fühlt euch da total alleine in der Natur. Es ist wirklich super eindrucksvoll. Ihr könnt einfach über unsere Website mit uns in Kontakt treten. Ihr könnt bei uns anrufen, bei WhatsApp, wie es euch am liebsten ist. Und wir empfehlen euch eure effekte Tagesroute. Tag Nummer 4, und das zeigt einfach die Erfahrung. Wenn man den ganzen Tag auf dem Meer war, ist man am nächsten Tag dann doch wirklich einfach noch von dem ganzen Sauerstoff, der Sonne noch ein bisschen erschöpft. Da empfehle ich euch wirklich am eigenen Pool oder ihr geht in ein anderes schönes Hotel, das ich euch am Anfang empfohlen habe. Einfach macht ihr da einen relaxten Spa-Tag am Pool. Lasst dort einfach mal die Seele baumeln. Schön essen gehen. Und so würde ich diesen Tag beginnen. Den Abend an eurem vierten Tag empfehle ich euch Lastalias. Lastalias, dort ist der Hippiemarkt. Einer der bekanntesten Hippiemärkte der Insel. Der super, super spektakulär ist. Manchmal einfach nur so schön, um zu schauen und sich so fragen, so, habe ich das gerade wirklich gesehen? Aber auch einfach diese ganzen Düfte, die ganzen Farben einfach mal aufzusaugen. Lastalias hat auch ein cooles Restaurant und da sollt ihr mal auf der Website von Lastalias schauen. Die verlinken wir euch in der Beschreibung. Die haben sehr, sehr oft Veranstaltungen mit Live-Musik, coolen Show-Acts. Das ist wirklich ein Reise wert und wirklich ein sehr eindrucksvoller, cooler Abend. Tag Nummer 5. Und schon sind wir bei Tag Nummer 5. Und ihr werdet jetzt sehen, wie schnell diese Zeit vergeht. Den Tag Nummer 5 sollt ihr euch unbedingt mal noch unsere Karte anschauen. Dort haben wir viele Spots, die man mit dem Auto sehr schön erreichen kann. Besonders cool ist auch Portinage, was ein wunderschöner Strand hat. Wirklich total karibisch am Festland Ibiza. Das ist auch eine kleine Stadt, würde ich jetzt schon sagen, mit schönen Restaurants. Da gibt es auch einen coolen Waterpark, gerade für Kinder ein totales Highlight. Was besonders cool ist, wenn ihr schon im Norden Ibiza seid, dann an den Strand, wenn ihr rast, zum Sonnenuntergang hinzufahren. Dort ist einmal dieser Felsen, der in etwa so aussieht. Und der sieht aus wie ein Finger, der aus dem Meer nach oben schaut. Und deswegen heißt er auch Finger Gottes. Und was ganz cool ist dort, dass die Hippies dort abends am Sonnenuntergang trommeln. Was einfach schon cool ist, so mitzuerleben. Das ist eine ganz besondere Stimmung. Das nimmt wirklich auch, ja, das macht was mit einem. Da gibt es auch ein Beach-Restaurant, das heißt Elements. Das ist eigentlich ganz cool, lässig da zu sitzen. Ist auch wirklich eine ganz schöne, coole Location. Kann ich euch an der Stelle wirklich empfehlen. Das war es auch schon. Meine Empfehlung für fünf Tage auf Ibiza. Für ein kurzer, für ein verlängertes Wochenende. Oder einfach nur als Add-on für euren längeren Urlaub. Ich freue mich, wenn es euch gefallen hat. Ich empfehle euch besonders auf unserer Website www.halle-experience.com. Unter dem Punkt Experience findet ihr super viele Eindrücke. Ich verlinke euch das alles auch noch in der Videobeschreibung. Und wenn ihr bei uns bucht, werdet ihr die Ibiza auch lieben. Ganz liebe Grüße.